Riesige Granitgipfel und weltberühmte Mammutbäume gehören zu den Markenzeichen des Yosemite-Nationalparks. Das kalifornische Naturwunder feiert in diesem Jahr seinen 125. Gründungstag. Doch die seit Jahren andauernde Rekorddürre in dem US-Bundesstaat bereitet Experten Sorge. Scott Jadiman arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als Ranger im Yosemite. Dieses Jahr zeigt sich die späte Schneeschmelze in den Wasserfällen. Doch auch die sind weniger eindrucksvoll als sonst. Der Wassermangel im Park erreicht allmählich ein kritisches Stadium. Das ist für mich der echte Indikator. Man kann sehen, dass der Wasserstand im Fluss Merced gerade über einem Meter liegt. Und wir haben noch nicht mal Sommer. Die wärmeren Temperaturen kommen erst noch. Das zeigt, in was für einer Dürreperiode wir stecken. Wo die Natur dürstet, müssen auch die Yosemite-Besucher umdenken. Die Saison für Bootsfahrten im Tal wird um einen Monat verkürzt. Wenn der Wasserpegel auf einen halben Meter sinkt, gibt es nicht mehr genug Strömung. Die Algen buchern und die Felsen ragen raus. Man muss mehrfach aussteigen und das Boot ziehen. Darum stellen wir den Betrieb bei einem halben Meter ein. Die Millionen von Besuchern werden angehalten, Wasser zu sparen. Dass es in den Park daran fehlt, ist vielerorts zu sehen. Der Boden ist trocken und die übliche Sommerhitze kommt erst noch. Die Angst geht um, dass es im Yosemite wieder einen riesigen Waldbrand geben könnte wie 2013. Dabei sind dessen Spuren noch nicht verwischt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017